Finnland hat seine erste Militärübung seit dem Beitritt zur NATO abgeschlossen. Bilder zeigen zwei Fregatten aus Deutschland und Portugal im Hafen der finnischen Hauptstadt Helsinki. Die beiden Kriegsschiffe hatten gemeinsam mit drei finnischen Schiffen an der Übung im finnischen Meer Busenau Russland teilgenommen. Nach Jahrzehnten der militärischen Bündnisfreiheit war Finnland am 4. April der westlichen Militärallianz als 31. Mitgliedsstaat beigetreten. Als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hatten Finnland und Schweden im Mai 2022 gemeinsam einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft gestellt. Für einen Beitritt Schwedens zur NATO haben die Türkei und Ungarn wegen verschiedener Bedenken, die Ankara und Budapest anführen, noch kein grünes Licht gegeben.